Hi Leute, willkommen zurück. Hier ist wieder eure Alice im Zockerland. Es geht jetzt bei Mass Effect Andromeda endlich so richtig los. Wir sind auf der Tempest. Wir können fliegen und erkunden und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir einfach mal da an. Ist doch völlig random. Von außen nach innen arbeiten wir uns jetzt vor. Boah, geil. Also ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal überspringen, aber... Alter, vielleicht werde ich es auch nie überspringen. Okay, was gibt es denn hier? Das ist eine große Eiswelt. Das heißt, ich kann sonst nichts machen. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich nichts geben. Boah. Alter, ist das so schön. Systemansicht. Gut. Okay. Sie sind hier. Ja. Ich weiß. Dann machen wir mal den hier. Also ich finde es gut, dass man es überspringen kann. Ich finde es aber auch geil, dass die einfach so eine hammermäßige Sequenz gemacht haben. Das heißt, für diejenigen, die es schön finden, die können es sich angucken. Und diejenigen, für die die Sequenz so lange ist... Uh. Nice. Die können es dann halt überspringen. Voll cool. Was mache ich? Was mache ich da jetzt? Einfach... Sammle ich das jetzt einfach ein? Ja. Ich habe es einfach eingesammelt. Und das war es... Das war es anscheinend. Kann ich da... Regeneriert sich das irgendwann? Ne, anscheinend. Wer weiß. Vielleicht mal irgendwann. Ich wollte eigentlich von außen nach innen, ne? Zum Raumschiffrack gehe ich mal als letztes. Da ist... Ach so, ne. Das ist ja mein Planet, von dem ich gerade komme. Also gerade jetzt, wo ich sowas machen kann, es ist mir natürlich besonders wichtig, dass ihr mir schreibt, ob ich das weiter machen soll oder ob ich das off-camera machen soll, ob euch das überhaupt nicht interessiert, weil ich finde das gerade total spannend. Ich habe auch bei Mass Effect Stunden damit verbracht, einfach alle Planeten abzugrasen. Uh. Was mache ich jetzt damit? Okay, Forschungsdaten. Cool. Wurde unabsichtlich gestartet. Aber das war's. Das war nur das eine Teil, oder? Ja. Entschuldigung. Also ich könnte jetzt echt derbe viel Zeit damit verbringen, hier alles. Werte ich jetzt auch in dieser einen Folge, wahrscheinlich, weil ich ja jetzt nicht weiß, was ihr davon haltet. Und ich weiß halt nicht, wie spannend das ist, da jetzt zuzugucken. Das heißt, das wird jetzt quasi so ein bisschen eine Testfolge. Ihr könnt ja mal gucken, ob euch das gefällt, was ich hier so mache mit dem ganzen Scannen und so. Oh, ist das schön. Es ist so schön. Da. Hab dich. Ne, erstmal R2. Oh, das kann man ja fast gar nicht lesen. Einschlag, schwerer Trümmer entstand. Oh, Element Zero. EP. Hm. Gut. Fortschritt 100%. Ich finde das auch gut, dass es wieder dabei steht. Wobei 100% hab ich hier. Ich hab ja noch das Raumschiffswrack hier. Ich glaub beim allerersten Mass Effect, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber ich glaub, da stand nichts. Ich glaub erst ab dem zweiten. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie man da... Hatte man da auch schon eine richtige Karte? Boah, ich weiß es nicht. Ich hab das ja nochmal gespielt. So ein halbes Jahr bevor... Ein halbes Jahr? Ein paar Monate? Ein paar Wochen bevor Andromeda rauskam. Das ist das Forschungsvessel. Dr. Aridana hat uns informiert. Es gibt keine Lebensrede mit ihm. Sie will wissen. Genau. Oh. Relikt... Ah, da sind die Reliktforschungsdaten. Die... Was? Eudoxus... Hat durch Flammenbeschuss der Geißel Schäden erlitten. Die nämlich internen Systeme deaktiviert haben. Sofort getötet. Oh. Okay, haben wir das gefunden. Okay, das ist jetzt wieder die Hauptquest. Dann gehen wir mal wieder zur Clusterkarte. Begeben uns mal... 0%. Aber merkt, da ist doch, glaub ich, bestimmt auch nicht mehr, oder? Als die Nexus. Gehen wir mal da hin. Doch. Das war so schön. Das war so schön. Das war so schön. Oh, cool. Das hört sich gut an. Gehen wir mal wieder von außen nach innen. Oh, cool. Das hört sich gut an. Gehen wir mal wieder von außen nach innen. Nix. Das ist ja lame. Na gut. Kann ja nicht überall was geben. Dann haben wir den hier. auch wieder nix. Auf manchen kann ich doch auch landen, oder? Ja gut, war ja bei den anderen Mass Effect auch nicht anders. Du konntest doch auch auf manchen landen und auf den meisten, glaub ich, eher nicht. Ach scheiße, ich weiß jetzt nicht welcher als nächstes. Das... Gehen wir einfach mal so grub der Reihe nach. Die, auf denen ich landen kann, habe ich ja nur mal als letztes gemacht. Weil es halt dann am längsten dauert mit den Erkunden und so. Hier ist ja nirgends wo was, das ist ja richtig. Oder übersehe ich irgendwas? Kann ich ja trotzdem noch was machen? Oder ist das alles quasi schon abgegrast? Weil die da ja schon... ...gewesen sind. Nischt. Nischt. Korbis. Korbis. Ich kanns, glaube ich, bei euch auf doch mal marschieren. dann das. Ja, das dachte ich mir. Beenden. Komme ich zurück auf mein Schiff? Sie haben unbenutzte... Ja, es ist mir gerade völlig egal, muss ich sagen. Gucken, was der Asteroid sagt. Ach, wie süß. Aluminium. Und das war's dann auch schon wieder. Gut. Naja, in meinen haben wir wieder was gefunden hier. Aber wir haben ja noch das große, ominöse Etwas da oben. Schwarzes Loch. Will ich da hin? Hab ein bisschen Angst. Krass, ey. Hilfe! Scannen wir mal das schwarze Loch. Zur Vorsicht wird geraten. Selbst aus dieser Distanz stellt das schwarze Loch eine Gefahr für die Bot-Systeme da. Wahrscheinlich muss ich kann ich mich irgendwie upgraden gegen schwarze Löcher und kann dann hier was untersuchen? Keine Ahnung. Gut, das war ja jetzt ein bisschen an Event vor. Wir können uns ja schon mal dahin begeben. Ich werde aber noch nicht nach Eos gehen. Glaube ich, oder? Jetzt sind wir zwölf Minuten. System, Pitheus. Andromeda Initiative, Habitat 1. Designated Eos. Ja, später. Ich glaube, ich gehe dann nochmal aufs Schiff und gucke, ob die jetzt mit mir reden wollen, wenn ich noch Zeit habe, dann. Also, ich werde in dieser Folge noch nicht nach Eos gehen. Wer sich nur dafür interessiert, der kann in der nächsten Folge wiederkommen. Ich will halt nie, ich will niemandem die Zeit hier rauben. Für diejenigen, die sich jetzt nicht dafür interessieren, wie ich hier einfach alles abgrase. Da. Cool. Sehr schön. Das war's, das war's. Systemansicht. Hä? Hat die mir das eben, hat die das aber nicht gesagt. Mach mal gleich, mach mal gleich, Hase. Na, nix. Sieht aber auch ein bisschen Gezeitenerwärmung und etlicher Einschläge aus dem Asteroidengürtel. Vulkanische Aktivität verstärkt. Ist nicht wahr. Da ist Eos. Anomaly on Sensors. Cool. Ah, seh dich schon. Milchstraße-Forschungsdaten. Schön. Ich find das cool, dass man das auch tatsächlich sehen kann, bevor man, also, hä, wisst ihr, was ich meine? Weil, ich glaub, ich bin jetzt tatsächlich schon bereit, das zu überspringen. Also, man scannt es nicht einfach nur blöd ab, sondern, ja, ich weiß, hör auf, mich zu nerven. Ja, nehmen wir mal den Asteroiden. Bei den anderen Massive-Fakten, wenn du es gescannt, hast du halt der Planet einfach nur aus wie der Planet. Und hier hast du halt sowas wie, dass die Satelliten so ein blinkender Punkt schon sind oder dass du es Mineralien vorkommst. gut, hier ist nicht bei den Masteroiden. Aber dass das Mineralien vorkommen schon anders aussieht von der Oberfläche her, dass du gleich schon im Prinzip ohne den Scan sehen könntest, dass da vielleicht was ist, was interessant sein könnte. Schade, ich wollte es jetzt auch mal ausprobieren, Sachen zu finden, ohne zu scannen. Aber hier ist ja nix. Gut. Dann halt nicht. Gut. Dann gehen wir mal aufs Schiff zurück. Wie lange habe ich denn noch? Ich muss mal gerade gucken. Ja, sieben Minuten, da starte ich jetzt nicht. Achso, muss ich gedrückt halten. Geil. Richtig cool. Dann schnacke ich jetzt mal ein bisschen mit Leuten. Ach, das Mineraltermin habe ich auch noch. Oh, das ging aber schnell. Die Familie meiner verleuteten Expeditionmitglieder haben mich gebeten, ihnen ihren Dank auszusprechen. Ja. Ja, weiße, ja, keine Ahnung. Sagt man, es ist besser, sowas zu wissen. Ist es das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, Pathfinder. Es ist so wundervollt zu meet you. Ich bin Dr. Suvie Anwar, assigned als Liaison zwischen your crew und der Nexus Science Team. Hab ihn noch was. Welcome to my team. Ich freue mich mit dir. Likewise. Ich kann nicht warten bis zu arbeiten. Es gibt noch viel zu tun so far, unfortunately. Ich habe studiert all die Planetary scans, habe sogar ein Hands-on with Helios soil samples. If you want, I'll send you my analysis on the native bacteria and microfauna. 60 pages. Yeah. Mach ma. That's a lot of pages about dirt. Oh, you don't have to be kind. I know it's barely more than a summary. Anyway, I've waited months to get out there to see Helios. It's why I joined the initiative. The Milky Way was just a corner of a vast universe, a corner of a tiny corner. We're the ones who got to step out of that corner. It's incredible. The first time I handled a Prothean artifact, I was hooked. It was so alien. I just knew there's more out there, and I want to see all of it. I totally know what you mean. So will you be joining Oh that's funny me out there with the guns and the danger and everything can I can I can I can 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 I can can I can 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 teach you and make sure you're okay out there really maybe one day when things are more settled I couldn't imagine a better teacher anyway I just received some instructions from the science team and I really should go them later then see a little abgeranzt im Gesicht aus but I love your accent only I will I need a romance with you I would I would to actually no one found with the I would a romance want would go to start station so da habe ich dich endlich gefunden ich wollte nämlich ich hab doch was was wo ist mein fucking Pathfinder Helm Schweinebande ah oder das liegt daran dass ich nicht online bin ich hab immer noch nicht das Update gemacht ich bin immer noch nicht online mit dem game natürlich liegt das daran hoffentlich toll ich hab doch den Pathfinder heimgekriegt ich mag diese glas also an sich ist es total geil aber auch ein bisschen gruselig es gibt diese eine brücke die einfach nur aus glas ist und keine ahnung 500 meter oder so oder noch höher über dem boden das würde mir total angst machen nice place you found clean air plants helps me think something on your mind maybe your biotics always do that when you're maybe stressed i got it i'm good i don't normally lose it like that a huntress should have better control huntress another term for an asari commando i was one before the initiative some things stick though like losing the old man how does a human soldier get to serve with asari prove your biotics can rip an apc apart and people get nervous funny that the alliance found me across species military initiative in a hurry sent me to the sea to serve with a huntress unit one of the few places where my powers were welcomed your father made another one there's a lot of loss going around dad the golden worlds a friend and mentor who trained you to be a pathfinder i prepped for years as your father second then he chooses you an untrained pathfinder and all this mess to fix the hell was he thinking is this going to be a problem Cora I don't want a rival just answers it it's done best I can do now is be your second keep your father's mission alive then maybe we'll all get what we came out here for no even if we get there there's a mountain of hard work ahead working hard was never my problem biotics like this thinking like an Asari Huntress I never had a place best I could be was a useful freak the initiative was meant to be different will be different if this mission succeeds so I'm seeing it through it's quiet in here I can keep the plants watered while I work first job see if there's any news on the Asari arc if they made it we could use some Asari expertise if you want to talk I'll here I weiß nicht ob du machst mir angst deswegen will ich auch keine romans mit dir eingehen hatten war das nicht schon were in the alliance before you became a huntress right what made you join up my biotics I was still living on my parents cargo freighter when they manifested untrained biotic power on a starship means accidents but we couldn't afford a tutor the alliance had implants the training everything old history now your turn remind me why you came to Andromeda the prothean digs woke us up to how much we don't know and to what humanity's next leap might be then dad's career collapsed his AI research made him too toxic I heard must have changed everything for your family I wanted to find worlds and secrets no one had ever seen and Scott was itching for adventure so Andromeda None of you writers ever think small do you what did you do while you were part of the Asari military four years in a commando unit called Talane's Daughters part of the council's cross species military integration initiative your time defending Silva's expedition was probably more important but we did good work peacekeeping is a full-time job even in Asari space to pick a fight with the most powerful species in the galaxy themselves usually terrorists cults rogue r. dot yaki people demanding a withdrawal from the citadel the Asari were space fairing when our Roman empire was new didn't fix all their problems sometimes you need commandos for that that is a bit romantic did you come out here with anyone maybe someone you served with I had my fun on shore leave nothing serious though Asari huntresses figure things out but I was there for soldiering not romance does that mean fraternization is okay for Asari commandos it'll happen but usually only for one deployment Asari don't usually stay with each other long term after your 500 birthday you learn some self control after four years with Asari commandos he must have some great war stories hmm uh nasira assassinated a krogan warlord with a pack of playing cards once a pack of cards choking hazard apparently wow oh wie viele Kriegsgeschichten hat sie denn any more commando war stories always like jene she was only 200 and with me around she wasn't the kid anymore she was a biotic protege i once saw yankan a gun right off its housing crushed a gang of slavers with it ouch they didn't feel it for long jene was a good friend maybe she still is back there won't be a kid oh ich mag ihre Kriegsgeschichten aber ich muss eine Pause machen okay dann war das erstmal das vielleicht spreche ich einfach in der nächsten Folge gleich nochmal mit ihr dann wieso bin ich jetzt auf den fähigkeiten bin auch sonst immer woanders da bin ich sonst immer da bin ich immer so das war erstmal wieder das genau nächstes mal geht es nach eos ich überlege gerade ob ich vorher nochmal mit dem team spreche mich ein bisschen um gucke und dann nach eos ja ich glaube so mache ich das ich danke euch fürs zuschauen und sehe euch beim nächsten mal bis dann tschüss